Hallo Leute, ein ganz kurzer Warnhinweis. Normalerweise, wenn ihr das Signal hört, das jetzt kommt, dann wisst ihr, die Kacke ist verdammt nochmal richtig am Dampfen. Das heißt, in dem Moment ist das erste, was ihr macht, das Radio einschalten, Fernseher einschalten, alle Apps prüfen, alle Nachrichten-Apps, die ihr habt, überprüfen. Denn dann ist es wirklich Katastrophen-Alarm und dann würde ich als erstes mir sämtliche Fenster schließen, weil man weiß ja in dem Moment noch nicht, was los ist. Heute kennen die Leute relativ gelassen, das OG, heute ist in Bayern und in Hamburg ist quasi ein Katastrophenschutztag, wo dieses Sirene-Signal geübt wird. Also ganz relaxed bleiben, aber wenn man dieses Signal hört, ich habe es selber letztes Jahr mal gehört, da läuft es am Eis keinen Rücken runter, wenn man weiß, dass es nur Übung ist. Das war es wieder von mir, sollte nur ein kurzer Hinweis sein, dass ihr nicht gleich in Panik verfallt, wenn irgendwas passiert. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan von Outdoor Kimgau.